Musik Ja, schauen wir mal, was es hier geht. Musik Ja, die müssen ja auch nicht pennen gehen, weil Homeschooling erfordert nur Konzentration. So sieht es aus. Also auf jeden Fall, kurze Vorstellung, ich bin Tarek. Ich habe Big Gems. Ich trage eine Maske, Corona-Brecht. Genau, Jin ist Corona-konform. Zack, zieht er erstmal die Maske aus und hat kein Gesicht drin. Er kann sich nicht mal infizieren. Ist er auch bestimmt schon geimpft. Was? Du hast einfach ein Megafon, wie cool ist denn das? Ah jo, du hast gedacht, ich hätte vorhin da Witze gemacht. Da stellen wir mal ein Megafon, wohin, booste. Ja, ich weiß nicht, das klang halt so schwul. Oh Gott, ich muss weg hier. So, also, meine Taktik wird sagen, dass ich ein bisschen auf Attack-Speed und Movement-Speed gehe. Oh, die sind schon da. Ja, ja, klar. Tarek wurde ja ein kleines bisschen gebufft. Das Q wird im Late-Game weniger Mana kosten. Wird ich guter. Was sehr, sehr schön ist. Gott, in der Season 7 haben wir, glaube ich, das letzte Mal aufgenommen. Ja, das ist ewig hier. Ich bin nicht besser geworden, das ist das Gute daran. Wie man sieht. Oh, ich hatte auch ewig und drei Tage Pause gemacht, also. Ja, stimmt. Auch ewig schlicht. Ich kriege meine Mausempfindlichkeit nicht runter, das wird schwer. Ähm, wieso nicht? Geht doch mal in die Option. Ja, ich kann die normalen an der Maus selbst einstellen, aber irgendwie. Hallo, hallo. Arschloch. Dummes Arschloch. Hau dir gleich rein. Dabah. Ne. Oh, das gibt eine ganz, ganz eklische Lane. Boah, sorry, ich muss gleich mal irgendwas machen, ich kann so nicht spielen. Ja, wie gesagt, gehen die Optionen, alles gut. Alter, Mann, das war ja so für den Arsch irgendwie. Warum das? Jo, alles klar. Ich weiß nicht, das hat schon mal saudumm angefangen, weißt du. Äh, hat schon mal angefangen. Momentan ist ja eine Baustelle. Au, au, au. Ja, drauf, drauf, drauf. Achtung, diese Oraka, killt mich. Ja, ich bin dran. Ach, komm, das darf nicht wahr sein, oder? Was hat denn der Wohlibeer bitte schon gemacht? Gar nix, der hat noch nicht mal geflasht. Was mit dem los? Ich hab ganz ehrlich, wenn der geflasht hätte, du hättest überlebt. Ein weiteres Indiz dafür, dass das ein doofer Donnerstag ist. Nee, 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 nee. Oh, verdammt, hab ich verkackt. Egal. Ähm, ja, zwischen, ähm, im Prinzip Umgehungsstraße, Segelbach, Otterbach, haben sie die komplett dicht gemacht. Das heißt, wenn man von Kaisel Laudern West auskommt, kommt man einfach nicht nach Otterberg. Ach, das ist ja ätzend. Das ist richtig ätzend. Das heißt, dann muss ich morgens über, äh, Erlenbach, Moorlautern fahren, durch Kaiserslautern durch und dann Richtung Pirmasens. Das ist so richtig... Das ist ja echt ätzend. Das ist noch gar kein Wort. Ätzend. So, dann ging es weiter. Ich komme erstmal auf die Arbeit. Sechs Minuten zu spät, noch an den Chefin vorbeigeschlichen, dass es Janett mitbekommt. Sie hat immer die Tür offen, sie bekommt alles mit, das ist Wahnsinn. Und dann erstmal... Haben Sie Ihre Kamera dabei, Herr Töpfer? Wieso? Nein. Warum? Ähm, ja, wir haben heute Fortbildung gehabt und wir sind gerade dabei, ähm, so ein bisschen zu werben. Okay. Alter, was macht der Wohlibeer? Also, wir brauchen Pflegepersonal, ganz dringend. Alter, Wohlibeer, was machst du? Ui, 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 ich hab's halt schon... Und dran, bleibt dran, bleibt dran. Jawohl. Ja, ich hab's. Safe. Scheiße, dass ich halt kein Glück überhaupt habe. Entschuldigung. Ne. Ich wollte nicht, dass die wegkommt. Ach, du Scheiße, ich hab was. Und drauf. Ja! Oh mein Gott. Bleib dran. Ja. Schön. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich brauche eine neue Hose. Oh fuck, oh. Da kann ich gerade auf dem Fahren verzichten, weil ich so gut bin. Pack das Megafone aus. Oh ja, oh. Sauna ist hinaus in die Welt. Tarek, beruhig dich. Vorsicht hier. Genau. Hab ich erstmal Anschiss kassiert, weil ich eigentlich so die letzten Wochen immer meine Kamera mitgebracht habe. Meine Nikon D5600. So. Wunderschön. Gerade da hab ich sie dabei. Ich so, fuck. Erstmal Anschiss kassiert, weil es eigentlich klar war, dass wir Bilder machen, weil wir brauchen was, um Mitarbeiter zu werben. Jo, dann abgesehen davon, dass es den ganzen Tag saumäßig dunkel war, ich die ganze Zeit nur am rumtelefonieren war, wegen Einverständenserklärung, Ausdrucken, Austeilen, blablabla. Das fand ich extrem ungeil. Ja, das ist halt echt ätzend. Kannst du auch verstehen. Schade, Vorsicht, weg. Level 6, sehr gut. Oh, Level 6. Yes. Achtung. I, 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 I. Renn. Alles gut, alles gut, haben wir sicher. Entschuldigung. Jo, und dann auf dem Weg nach Hause. Guck ich nur aufs Handy und dann kommt nur von der Oma. Wir müssen reden. Oh Gott. Jo, hat sich rausgestellt. Oh mein Gott, du bist ja göttlich, heilige Scheiße, was mit dir los. Siehst du, wie ich treffe? Nur am Smurfen. Ja, bleib dran. Shit. Mist. Oh shit, und weg, 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 weg. Ich schütze dich. Das funktioniert ja fast schon zu gut, ne? Nicht so. Oh ja, die kommt. Oh, das war ein Fehler, mein Freund. Das nächste Mal haust dir meine Edelsteine noch fester ins Gesicht. Bam, 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 schön die Edelsteine ins Gesicht geklatscht. Bam, 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 ha, 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 ha. Schade, geh weg. Hau ab, hau. Der macht zwei Uldi. Oh, du hast ja noch Flash gehabt. Oh, das hätt gereicht. Karsen, bist du die Idee? Nein, bin ich nicht. Bleib dran. Ich bleib in deiner Nähe und schütze dich. Ja. Oh mein Gott. Schön. Oh, war das geil. Schön. Oh mein Gott. Wie kann man nur so geil sein? Der ist ja voll meine Rage nochmal gewonnen. Aber er ist schön gespielt, Karsen. Wirklich. Du auch. Diese Balls von Tariq. Jetzt sag ich nur. Bam, 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 bam. Oh, bam, oh, bam. Von Asi, Tariq. Bam, 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 Schläge muss gehen. Ich glaube, wir sollten mal back gehen. Komm, haut rein. Okay, jetzt aber. So. Tariq spricht aus, was ich über Jahrhunderte denke. Oh mein Gott, das sind Wladimir. Äh, Bade im Glanz. So. Nee, das wollte ich gar nicht kaufen. Was will ich denn kaufen? Ähm. Kannst du mit AP was anfangen? Ähm, ein bisschen. Also hauptsächlich müsstest du halt vorne alles weg tanken und unfassbar schwul sein, dass selbst der Lucian Respekt vor dir hat. Das ist kein Problem. Weil er ist ein bisschen homophob, musst du wissen. Was ist der? Ja, das ist nicht in Ordnung. Und divers ist er auch nicht. Alter Schwede, ey. Ich glaube, ich muss den bestrafen. Ich zeige dem, was ein Berg ist. Läuft es ja auf den anderen Lanes eigentlich. Oh mein Gott. Im Moment läuft es ja echt zu gut. Wir haben bald einen Herald. Mhm. Wir haben Top Tower. Mittellane ist schon längst rum. Und steht 4-2. Und ich habe nicht die meisten Tode. Das finde ich beunruhigend. Irgendwas stimmt hier nicht. Bleib dran. Bist du dran? Nein, bin ich nicht. Bist du? Ich bin Kärz. Ja, bleib dran. Oh, ist der hoch. So. Ist der homoerotisch. Boom. Sorry, Kirsten. Oh, da oben. Lass das nicht. Ich habe... Jetzt muss ich aufhören mit diesen Geräuschen. Alter, jetzt machen die aber wieder richtig Party-Hart da unten. Was ist denn da unten? Ja, GG. So. Oh. Oh, wo ist denn der jetzt hergekommen? Den habe ich ja gar nicht am Schirm gehabt. Den hatte ich ja auch nicht gesehen gehabt. Krass. Bevor ich gerade mit der Kamera draufgehalten habe. Hmm. Haben die den Bluetooth überarbeitet? Das sieht ja anders aus. Die haben alles überarbeitet. Also, der funktioniert auch, glaube ich, ein bisschen anders. Er hat jetzt Kripp, ne? Seit wann das? Seit dieser Season. Äh. Ich merke schon, ich bin up to date. Oh ja. Ich teste das gerne immer direkt im Ranked, ohne Fall die Reason-Lots zu lesen. Da ist auch manchmal so lustig. Da steht auf einmal ein neuer Champion vor mir. So einer mit einer Schere zum Beispiel. Und wundere mich, was der kann. Das ist immer sehr unterhaltsam. Ich warte auch darauf, dass sie so ein Coronavirus einbauen. So ein Champion, also. Na gut, die haben ja schon den Malzaha. Stimmt. Ja. Oh, 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 oh. Ja, nein. Schade. Schön. Ich wollte gerade kein Essen. Oh, hol dir mal Brubuff. Oh. Ah, ich glaube, das Spiel könnte mir ganz genug gewinnen. Ja, das wird eng. Ey, der neue Rammu ist ja geil, ne? Oh mein Gott, ich bin geboostet. Meiner. Meins, 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 meins. Meins. Oh, nein. Ja. Oh, Hund. Hund. Ich bin am Berg. Boom. Auch mir. Auch mir. Ist der auch mir? Ich glaube, der gehört mir. Achtung. Oh, nein. Oh, nein. Oh, bleib dran. Bleib dran. Oh mein Gott. Oh. Oh shit, ich bin oben. Alles gut. Oh. Hä? What? Der Tag, der Tag, der KS ist ganz gut. Das machen die Gems. Oh mein Gott. Nächste Mal. Nächste Mal wollte ich die einfach weg. Okay, mein Mana-Management war aber auch ziemlich geboostet. Ja, du hast mich noch lange im Leben erhalten. Das war wirklich beeindruckend. Aber ich hatte das Gefühl, 20 Minuten lag in der Zeit. Also, bis jetzt habe ich keinen einzigen Frame-Drop drauf. Ich bin bei meinen 144 Bildern pro Sekunde. Ich bin mal in 88 vor 115 Minuten. Nice. Absolut reutig. Ey, der neue Ramos ist ja echt witzig, ne? Hm. Ich hatte schon Bekanntschaft mit ihm gemacht. Ja, Schappen. Haha. Was sagst du jetzt? Ist scheiße. Das sag ich. Ist so gefiltert. Alter, dieser 5 an Steric, weißt du? OP. Ja, okay, du stehst aber auch 8 rein, ne? Ja, aber kein Farm. 92, das ist doch absolut fein. Nee, gar nicht. Müsst du viel mehr haben. Ha! Warum? Oh, da bist du ja wieder. Wollen wir finishen? Alter, das ist ja immer eine absolute Zerstörung. Ja, die haben nicht so ihren Spaß hier. Mensch. Hallo, hallo, hallo. Kannst du mal aufhören? Dankeschön. Hallo. Haha. Äh. Ich bin assist. Äh. Ich bin assist. Oh yeah. Oh mein Gott. Und den... Oh. Oh. Ups. Oh, jetzt krieg ich die Tower wieder ab. Macht nix. Oh. Der je, der je, der je, der je. Der fokussiert dich. Der ist gut. Der ist super. Oh mein Gott, ist der geboostet. Oh, schade. Oh, wenn ich mal triff. Da wackeln die Gems. Ach du Scheiße. Ah Gott. Dieses... Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Too easy. Das war ja niedlich. Das wäre echt witzig. So, gleich mal gucken auf die Stats. Mal sehen, was die Stats sagen. Ich habe ein bisschen Gems. Ich habe ein bisschen Gems. Na dann. Na dann. Schau mal, ehrlich ist der Schaden. Das war mal eine nette erste Runde. So, fieten wir weiter. Oh, was ist die Tatsam單. Connor. Oh. 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Gott, heaven's calling your name, help me fight in God, don't let evil win Gott, heaven's calling your name, help me fight in God, don't let evil win Help me!